Es geschah an einem Donnerstag, als die tapfere Kriegerin Melanie mit ihren Söldnern die Burg Plankenstein einnehmen wollte. Burgherr Erich sah sich schon dem Untergang geweiht. Doch Vater Sonne und Mutter Erde hatten Erbarmen mit ihrem Menschensohn. Der Himmel öffnete sich und die Sonnenstrahlen erwärmten die eingefrorenen Herzen der Söldner. Frieden kehrte auf Burg Plankenstein ein und die Freude war so groß, dass man ein Fest gab. Es wurde getanzt, musiziert, gemeinsam die Burg wieder aufgebaut. Die verbogenen Rüstungen wieder repariert. Das technische Know-how wurde ausgetauscht und die elektrische Mandoline wurde erfunden. Der Friede war eine riesige Freude, auch für die Kinder. Denn sie konnten nun endlich all die schönen Dinge tun, die sie schon immer machen wollten. Miteinander spielen, am Rücken der Ponys die Welt entdecken und die Geschenke von Mutter Erde gemeinsam und in Dankbarkeit genießen. Das alles kannst auch du erleben am Mittelalterfest auf der Burg Plankenstein im südlichen Niederösterreich. Musik 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 Vielen Dank.